Hi, mein Name ist Luis Espar. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine Behinderung, aber für mich ist es gar nicht so schlimm. Wie ich damit umgehe und wie mein Leben aussieht, das erfahrt ihr hier. Außerdem mache ich Faktenvideos, aber am meisten geht es hier um meine und andere Behinderungen. Wenn dir meine Videos gefallen, lass doch bitte ein Abo da. Außerdem schau dich doch bitte weiter auf meinem Kanal um, damit du genau weißt, worum es hier geht. Mach dir einen Eindruck und vielleicht gefällt es dir ja so gut, dass du sogar ein Abo da lässt. Ich würde mich freuen. Tschüss.